Meine Damen und Herren, schon Ihre Maschinen Richtung Wildes Marriott, Wildes Spitz. Jetzt noch mal eine kurze Begrüßung mit der Herzen nach oben. Gehen wir noch mal mit. Schießt sich noch mal wahr über die Hände. Und liebe Leute, Herrschaften, in der zweiten Runde, den Quarterfinals. Jetzt geht es weiter mit dem sogenannten Head-to-Head. Mann gegen Mann. Sixth, Sixth, Tricks, das ist der Modus.